hallo youtube und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier beim real projekt auf der allerbach schön dass sie wieder alle mit dabei seid ihr lieben ich muss das mal gucken donspur und passen alles wunderbar und ja da sind wir wieder ihr schlingelings und in der letzten folge habt ihr gesehen da haben wir unsere schafe wieder versorgt und den geht es ja jetzt erst mal so weit so gut die produzieren jetzt nicht unbedingt aber ja vielleicht legen sie dann gleich los auf jeden fall haben wir schon mal ein bisschen was hier stehen an wolle und was werden wir heute machen ich habe mir überlegt mit den ballen alles gut und schön die silage ballen aber ich wäre es euch jetzt nicht noch mal antun dass wir heute silage ballen laden sondern wir müssen sehen wenn wir einmal hier schauen wir haben hier september meine lieben und deswegen werden wir uns heute mit der bodenbearbeitung befassen denn wir müssen auch schauen was können wir im september ansehen weizen gerste gras wollen wir nicht ölrettich auch nicht zwischen frucht könnten wir machen also wir haben nur noch september und ja also entweder weizen oder gerste so das bedeutet für uns wir werden uns um die felder kümmern und dadurch dass wir geschlafen haben dadurch dass schon einiges erntereif war müssen wir sehen dass wir wenigstens die 110 und die 100 umbrechen weil verdorrt und verfault jeweils auch die 69 ja und deswegen werden wir mal schauen werden wir erst mal auf den hof fahren und werden uns dann ich denke mal den ich denke mal den mbtrag schnappen und werden mit dem lenkrad passt wieder nicht das ist auch so eine sache was mich immer ein bisschen aufregt wenn das lenkrad manchmal raus springt aber jetzt passt wieder so und sie werden dann dementsprechend einmal da loslegen und das ganze umbrechen und ich hab dir die trigger habe ich noch drin das hält immer so eine sache wenn du bei den games immer ein bisschen hin und her switcht deswegen müssen wir die einfach noch mal ausmachen so wunderbar da passt auch wieder zum projekt ich hoffe ihr habt ein schönes wochenende gehabt ihr lieben ich sitze heute zum sonntag hier und nehme ich das ganze auf als ihr sieht die folge heute zum montag logischerweise na und ich muss halt immer mal gucken wie es mit der zeit ist die zeit ist halt immer relativ deswegen muss ich auch mal schauen dass wir dann auch den donnerstag den freitag und den samstag noch irgendwie mit unterbringen was die aufnahmen angeht aber zeitlich gesehen ist es halt immer auch so eine sache will ich ganz offen und ehrlich zu euch sein es ist immer etwas schwierig ja aber nichts ist unmöglich hat er da schon immer gesagt deswegen werden wir da auch sehen dass wir dahingehend das ganze auch hinbekommen so jetzt nur erstmal gucken wo wir den anhänger hinstellen das ist halt auch so eine sache ich würde tatsächlich ich würde den tatsächlich da kommen wir nicht rein ich würde den tatsächlich hier drüben auf die wiese hinstellen ich ganz ehrlich sagen ich mir hier so hin weil er ist jetzt nichts weiter schlimm so dürfte normalerweise unsere wiese sein zeig mal her wie sieht das aus müssen wir gleich mal gucken wo tatsächlich tatsächlich nicht aber ist günstig die kaufen wir uns einmal so und dann passt das nämlich auch mit den eigentumsrechten so jetzt geht doch mal aus hier so wunderbar und dann nehmen wir uns einmal das passt schon dann nehmen wir uns jetzt einmal unseren mb track und dann würde ich sogar behaupten wir fahren noch mal zum händler weil unser mb track hat der hat 150 ps hat 175 142 unser weiter er hatte bisschen was mehr 201 ps ok wir müssen gucken beim händler und zwar 201 ps wir haben den mit drauf der braucht 180 ps da braucht 180 ps 180 ps hat so eine sache 180 175 sollten wir den mb track nehmen den akutron hier die müssen wir mal mal gucken der ist noch nichts der ist noch nicht so ganz koscher muss ich ganz ehrlich sagen mit ganz koscher meine ich der hat ein paar fehler noch da muss ich mich noch mal ansetzen muss noch mal bitte dran basteln was nehmen wir denn was nehmen wir denn der hätte als 200 ps na das ist so eine sache hätte 200 ps aber wir werden wir werden dem wald dran nehmen jetzt wirst du wo man stehen haben haben wir ihnen entstehen wo ist unser weiter weiter ich weiß wo ist ich weiß wo ist ich weiß ich weiß weiß ich weiß es da hinten steht darum hier ist unser wald dran genau so ist es hier ist er hier ist er da so halt war da hier vorbeiketschen wunderbar und rein in die gute stube so weil wir werden wir werden uns den tiefen lockerer holen aber der händler meinte ja auch da gibt es noch ein anderes gerät mit dazu und deswegen werden wir das ganze mal oder sein wir pflügen wie viel lockerer pflügen ja normalerweise müsstest du pflügen weil wir müssen es ja also wenn wir mal wenn wir es richtig machen wollen zum pflug nehmen wenn wir es richtig machen wollen müssen man pflug nehmen wenn man nicht drum herum alles klar versuch alles klar versuch dann muss man mal gucken was was bringt unser pflug wir wollen es ja ordentlich machen der 160 ps das sollten wir eigentlich auch mit unserem weiter okay alles klar beim pflug da holen wir uns mal noch ein gewicht erholen wir uns noch ein gewicht und dann wärmer pflügen na weil wenn man es wenn man es schon richtig machen wollen dann müssen wir mit dem pflug loslegen ja weil es damals gehen fahrten ab es ist halt einfach so war da jetzt muss man ja mal kurz ausholen an dem man das gewicht ich hoffe das ist nicht zu schwer theoretisch man sagt ja immer so schwer wie das gerät hinten ja so schwer sollte auch vorne das gewicht dann auch irgendwo sein so ein bisschen als gegenpart da muss man ja auch sehen aber ich denke mit dem gewicht zimmer ganz gut aufgestellt wenn wir uns jetzt den pflug wenn der farmer raus dann wollen wir sehen das ganze ordentlich auch hinbekommen da wir hätten somit die vlogger machen können aber wenn man jetzt mal überlegt tiefen locker dann die große frucht da drin ja also der raps muss man ganz ehrlich sagen wäre es dann wohl eher auch so dass ich das ganze zeug dann irgendwo da drin verheddern würde und deswegen wir machen das ganze mal hoch wunderbar das hat geklappt ich liebe den waldrader ist schon so was bedienung und so angeht ist das schon nice so jetzt muss man den ganzen erst mal heraus operieren habe ich mir gedacht dass er jetzt hinten anstößt theoretisch sollte er jetzt dreht er sich warte 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 will den aber warte mal der soll doch normalerweise naja das hoch und runter so sollte er normalerweise jetzt dreht er sich wieder ich werde verrückt da soll sich doch warte mal flug drehen zu klappen mit x sag ich doch ja genau so jetzt hat er es ok jetzt hat er es so wir müssen wir haben doch gleich unseren acker hier an der seite guck mal hier haben wir es doch gleich da haben wir es doch gleich so naja dann klappen wir das gute stück gleich mal wieder aus und wir machen es aber so ich will das jetzt nicht ich will das noch nicht rausschmeißen ich will das ganze erstmal rein schmeißen so und dann kriegen wir mal so dann legen wir mal los wunderbar wunderbar sollte das klappen so ich will das ganze erste mal rein schmeißen da haben wir nämlich nicht so viel auf die wiese ne und dann schmeißen wir das ganze raus so auch dazu könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben wie würdet ihr es machen ja normalerweise hättest du sagen können okay nimmst du erstmal mulcher und muss erstmal drüber ne das wäre auch noch mal eine variante gewesen wäre vielleicht auch die richtigere variante gewesen können wir dann eigentlich vielleicht auch beim nächsten mal dann mitmachen da wenn wir da sind wenn wir da mit mulcher zugegen sind so warte ich weiß gar nicht warte mal kriegen wir das eigentlich hatten ja letztens so die probleme ja letztens so die probleme mit vca so warte mal da müssen wir jetzt mal das müssten wir jetzt mal probieren ob das ob das funktioniert wenn wir sagen gut wir fahren damit vca warte mal ich trottel weil das muss ich jetzt mal probieren ob der das macht wie der jetzt fährt der kleine ob das ob das funktioniert müssen wir mal müssen wir mal schauen ich sag mal spur halten tut so ja also macht er tut tuten 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 ja komm das geht das geht ja relativ fix muss man sagen ja gut was ist was ist fix so beim pflügen schreibt es mir gerne mal in die kommentare wie hättet ihr es gemacht hättet ja auch erst im flug genommen oder hättet ihr gesagt nee excel pass mal auf das ist kompletter mist was du machst denn wir hätten erst den mulcher genommen und hätten das ganze erst gemulcht also das können wir gerne sehr sehr gerne in die kommentare schreiben ja jetzt machen wir nämlich folgendes machen wir nämlich erstmal hier hinten rum wieder rein das ganze das ist ein bisserl dass ich ein bisserl vorlauf habe ja also dass ich ein bisserl anders wenden kann so also jetzt muss man nämlich gucken dass man hier ordentlich erst einmal hier ringsherum ziehen sollte funktionieren das sollte funktionieren ja weil das funktioniert auch das funktioniert auch wunderbar der gute raps hätte der und sein geld gebracht aber da war mal einfach da war mal einfach zu langsam naja und wenn du da in der landwirtschaft zu langsam bist dann hast du halt damit zu rechnen dass du das dann halt wegschmeißen kannst da ist halt so das ist halt ganz einfach so da war da hinten haben wir gott sei dank nix hier wird rein man dann sollte das auch mit dem flug klappen so immer mal im rückspiegel illern deswegen fahre ich jetzt auch gerade so langsam weil ich gucke eher so ein bisschen in den rückspiegel mit rein wie läuft er klug hinten nimmt er alles irgendwo mit oder nicht so wir gehen ja dann noch mal naja wir machen ja dann noch mal mit dem grubber drüber und 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 also von daher sollte das dann auch gut funktionieren ja das passt ganz gut man muss halt nur ein bisschen konzentriert sein deswegen beziehungsweise bin ich da immer sehr konzentriert bei solchen aufgaben guckt da auch immer gerne mal gerne immer mehr mit hin so mal einfach mal gucken wie er das jetzt wie er das jetzt hier so macht so wenn wir nehmen jetzt einfach mal hier unser unser vca spur wieder an lassen das ganze jetzt einfach mal runter ja wunderbar jetzt zieht er jetzt zieht er ja jetzt zieht er so hinterher ja ich glaube das geht ich glaube das geht recht gut meine lieben ne also ich sollte mal ein bisschen steht mal bitte fliegen auf dem programm ne das gehört halt auch mit dazu aber dass das so dann auch mit vca geht hätte ich gar nicht gedacht ne dass das dann auch so automatisch halt auch funktioniert ne also vca kannst du sagen was du willst ist eine schöne sache gefällt mir richtig richtig gut gerade bei sowas na ich bin halt auch so ein mensch und so ein freund davon das ganze gern auch gerade zu haben ja und deswegen ist das schon gut so nicht wundern wir werden jetzt aber hier außen noch mal ringsherum fahren da weil ich es gerne ich gerne noch mal ein bisschen was mehr platz hätte deswegen fahren wir da jetzt einmal hier so lange ja wohl das sollte passen das sollte passen ja so wie sieht das gut aus da muss aber halt auch mal ein bisschen arbeiten aber mal bitte um die ecke gucken ja das ganze ein bisschen hinbekommen auf jeden fall ich habe ja gelesen nochmal in bezug auf die ballen das wird das schnell gern sag ich mal da wo es ja diesen mod gibt wo du die ballen wickelst und wo dann gleich silage entsteht das wärme auf jeden fall nicht mit drauf nehmen wenn ihr noch ein bisschen oder ein paar ideen habt in bezug auf reale mods also was das ganze widerspiegelt was das ganze realer machen würde ja dann könnt ihr mir das gerne in die kommentare aufschreiben gucke ich mir das ganze einmal an ich weiß gar nicht ob links gehen müsste man probieren und wenn nicht dann könnte es mir gerne auch ja komplett ausschreiben halt also wie heißt der mod wo gibt es den aber bitte beachtet ne ich unterstütze keine modklau seiten also da definitiv auch den augenmerk drauflegen ja dass man auch auf den richtigen seiten sich die mods runter lädt und dann muss man doch ganz einfach auch mal dazu sagen ne weil wir ganz alle es gibt genug schabernack und schindluder was da so getrieben wird deswegen da einfach den augenmerk nicht verlieren so pass auf jetzt machen wir dazu und dann hättest du mal ein beetfluch gucken können ne ganz heiß beetfluch machen können aber das geht schon ich denke mal den acker kriegt man recht zügig fertig hier das passt auch ganz gut ja ich nutze halt gerne jetzt das vca auch weil ja du hast eine sichere und saubere arbeitsweise du kommst da gut mit aus der pflug läuft ordentlich du hast eine gerade kante etc und das ist schon das ist schon gut das gefällt mir also muss ich ganz ehrlich gerade sagen also ich finde das pflügen gerade wieder etwas beruhigend also entspannend beruhigend ist immer das falsche wort aber entspannend finde ich es gerade sehr so so nehmen wir hier unseren kurs wieder rein hier ist unser kurs genau so und dann liebt das ganze wunderbar ein bisschen schieflage so wie sich das gehört wir könnten vielleicht noch ein stückchen rüber da also vielleicht könnte man das ganze noch ein stück rüber da müssen wir dann probieren wir gleich wenn wir unten sind probieren wir das gleich weil da nimmt man dann nicht genug weg wir fahren eher so eh eine forsche zu weit drüben wir sollten wir sollten eher warte ich zeig es euch mal wir sollten eher hier so in der forsche fahren und wir fahren jetzt gerade mit dem rad hier also hier wären wir schon lieber so aber das stellen wir gleich ein ne es ist halt auch immer eine einstellung sache ja gehen können wir ihn schon dann passt das wobei hier passt es jetzt wieder ne müssen wir mal muss man mal sagen so so aber warte mal wir werden ja genau wir werden mal so fahren und das ganze mal probieren ob er da was stehen lässt oder nicht ne das sieht gut aus also hier nimmt er genug weg jetzt würde ich sagen ja hier passt es jawoll das läuft ja meine lieben ne also ich würde es mal ich würde mal sagen ähm ich mache das ganze mal offscreen fertig ja also einfach mal probieren würdet das heute einfach mal so machen ne und ihr könnt mir auch gerne mal in die kommentare schreiben sollen wir solche tätigkeiten lieber offscreen dann weitermachen oder sagt ihr euch ne komm zeigt das ganze prozedere ist egal ob du die ganze folge nur auf dem flug hockst oder nicht na das gerne mal in die kommentare ihr lieben ja und ich sag dann für heute schon mal vielen vielen dank fürs dabei sein vielen vielen dank fürs zuschauen ja und wir sehen uns in der nächsten folge wieder in diesem sinne adieu mit ihr und schau mit v wicke wicke bis zum nächsten mal